Hallo Freunde! Dadurch, dass mein letztes Video mir nicht so gut gelungen ist, weil ich das falsche Mikro verwendet habe, mache ich ein ähnliches Video heute mit der besseren Flankqualität. Ich möchte dir zeigen, und dieses Thema ist momentan sehr wichtig, wer du wirklich, wirklich bist. Fangen wir an. Was passiert mit dir, wenn du in dieses Leben hineingeboren wirst? Du bist eine große Sonne, ein sehr, sehr kreatives, schöpferisches Wesen. Und du wirst in dieses System hineingestoppt, hineingepresst und du hast keine Chance. Du bist einfach zu klein, so ein kleines Baby, das keine Entscheidung treffen kann. Und in welche Familie du reinkommst, das ist wirklich eine Glückssache. Und dann gehst du durch die Kindheit durch. Da kriegst du schon einige Ereignisse und Erfahrungen, nicht unbedingt positive, die dich Alessandra als daran erinnern, wie groß und schöpferisch und kreativ und stark du bist, sondern eher, du bist so eine kleine Schabe und du hast nichts zu sagen oder sowas ähnliches. Okay, wenn du die Kindheit überstanden hast, das ist auch so ein Glück, dann kommst du ins erwachsene Leben, muss arbeiten, muss irgendwas erlernen, irgendwelchen Beruf, der irgendwo auf der Liste von diesem System steht. Du schaust dir diese Liste an und sagst, da finde ich nichts. Und das heißt, du weißt nicht, was du willst, da steht nichts für dich. Du bist eine Sonne und die Sonne braucht vielleicht einen anderen Beruf und dieser Beruf steht nicht auf der Liste von den Berufen, die in diesem System, das übrigens nicht für dich arbeitet, benötigt werden. Und was denkst du über dich? Du denkst, etwas stimmt mit mir nicht. Ich bin krank oder ich bin gaga oder ich bin minderwertig, ich passe da nicht rein und machst deine negativen Erfahrungen. Die Welt ist nicht so, wie ich das eigentlich will. Die Menschen erwarten von mir etwas, was ich denen nicht geben kann und du denkst, es liegt an dir. Nichts liegt an dir. Du bist die Sonne. Du bist perfekt, so wie du bist. Absolut kreativ, schöpferisch, stark. Ohnmächtig kann ich jetzt nicht sagen, aber du bist ein Teil von dieser Kraft, die uns alle erschaffen hat. Und diese Kraft ist in allem. Leider ist meine Katze jetzt nicht, da ist meine schwarze Katze, aber die schläft. In dieser Katze, in diesem Papier, in dem Papier vielleicht nicht, aber in diesem Apfelbaum da draußen. In der Luft, hier bist du auch ein Teil. Du gehörst zu diesem System. In allem ist dieses Schöpferische. Diese schöpferische Kraft ist in allem Lebenden. In der Pflanze. In allem, was du siehst. Alles, was lebt. Das ist das gleiche, der gleiche Hauch vom Leben, der auch in dir drinnen ist. Und das ist alles schöpferisch. Es entwickelt sich. Und du passt nicht rein in dieses enges System und in diese engen Erwartungen, die von dir gestellt werden. Es ist unmöglich. Versuch mal, die echte Sonne irgendwo in einem Badezimmer anzusperren oder sonst wo. Geht nicht. Und du bist auch kein Roboter, der den ganzen Tag Buchhaltung macht und die Zahlen agiert, Bilanzen ausrechnet und denkt, ich muss ja glücklich sein. Mag sein, dass es dir Spaß macht, aber das ist nicht alles, was du kannst. Du bist hochkreativ. Du erschaffst deine Wirklichkeit in jeder Minute. Als ich mich sehr stark verliebt habe, vor 20 Jahren war das, habe ich ein Lied komponiert, ganz spontan. Und es ging darum, dass ich nach Hause komme, in diesem Lied und tausend Rosen in meinem Zimmer stehen. Und ich habe dieses Lied immer gesungen, immer gesungen, jeden Tag und mit viel Emotion, mit vielen Glücksgefühlen, natürlich. Und eines Tages kam ich nach Hause und ich konnte die Tür nicht aufmachen. Und mein Nachbar hat gesagt, ja, es kamen Rosen aus Amerika. Von meinem Freund damals, der hat mir, okay, tausend waren das nicht, das waren vielleicht, ich weiß nicht, hundert. Und diese hundert Rosen standen in meinem Zimmer und das Zimmer war voll von roten Rosen. Und ich habe das manifestiert. Ohne das zu wissen, erst heute verstehe ich, was da eigentlich passiert ist. Ich bin Schöpfer von meiner Realität. Und du bist Schöpfer von deiner Realität. Du brauchst diese ganzen Konditionierungen, dieses ganze System nicht. Und du entscheidest selber, wie du lebst, was du tust, was du in deinem Leben erschaffst. Du bist, du hast so eine Macht. Und jetzt überleg dir, warum momentan, gerade jetzt, die ganzen Veranstaltungen, Konzerte, Musik abgesagt wird. Alles wird, alles ist zu. Weil du darfst nicht, weil Musik ist die Sprache Gottes, die Sprache des Schopfers von diesem Universum. Durch die Musik, durch die Kreativität, auch durch Malen, es muss nicht nur die Musik sein. Das kann alles, was Schöpferisches ist, was du erschaffst mit deinen Gedanken, mit deinen Ideen, mit deinen Inspirationen. Das alles ist Sprache von dieser umfassenden Energie. Und das ist der Schlüssel von dieser Tür zu dir selbst. Und das ist nicht erwünscht. Das System ist nicht interessiert, dass du diese Tür öffnest und wieder zu dir selbst kommst. Zu deiner Größe, weil dann machst du nichts mehr mit. Du brauchst nichts. Du musst auch nichts kaufen. Du hast alles in dir, um glücklich zu sein. Und du musst deine Wünsche, deine Vorstellungen über diese Welt, deine Träume nicht mit Tabletten oder Alkohol oder sonst was betäuben. Dir stehen die zu. Du hast recht darauf. Du darfst so leben, wie du willst. Du erschaffst deine Realität. Hier, durch deine Gedanken, durch deine Vorstellungen, durch die Bilder, die hier laufen. Hier ist das Wichtigste. Das, was alles erschafft. Und du kommst hin, wenn du kreativ arbeitest. Wenn du... Nimm einfach Farben und male etwas. Oder träumle. Oder mach was kreatives. Es ist absolut egal, was du machst. Aber komm zu diesem Gefühl der Freiheit. Komm zu deiner eigenen Kreativität. Zu deiner Macht, die dir zusteht. Werde wieder die Sonne, die du bist. Alles Gute. Glaube in dich. Verstehe, was du wirklich bist. Deine Inga You raise me up So I can stand on mountain You raise me up You walk on stormy sea I am strong When I am on your shoulder You raise me up More than I can feel 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 More than I can feel